Die DALI 2 Room Solution ist eine Standalone-Lösung, in der man ganz einfach DALI-Leuchten und Komponenten miteinander verbinden kann. Bei der DALI 2 Room Solution können wir alle Standard-LEDs, Tunable Wide und RGBW miteinander vernetzen und das ganz einfach per App. In der Human Centric Lightning, in der HCL-Lösung, können wir den Tageslichtverlauf mittels Tunable Wide Leuchten in ein Gebäude bringen. Die DALI 2 Room Solution eignet sich super für Büros, für Klassenzimmer oder zum Beispiel für Patientenzimmer im Krankenhaus. Die Parametrierung erfolgt ganz einfach via App und zwar Drag & Drop. Die DALI 2 Room Solution kann mittels Konstantlichtregelung bis zu 85% Energie einsparen.